So Lüchen da draußen und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde One in the Chamber. Ja, heute mal als PvP-Dingens-Star und auch wirklich nur das, also wahrscheinlich nur eine Runde, denn wir haben mit Marcel ganz lange, also nicht ganz lange, wir haben eine 30 Minuten langes Ding mit Marcel vorbereitet, der ist jetzt erst im Urlaub zurück und ja, das könnt ihr euch schon mal drauf freuen, denn das kommt nachher noch, in ein paar Stunden wahrscheinlich und ja, deshalb, weil das Ganze zum Uploaden ziemlich lange dauert, kommt jetzt halt dann nur was ganz Kurzes vom PvP-mäßigen her. Ach fuck, jetzt habe ich den gerade verfehlt, aber trotzdem umgebracht. So, perfekt. So, dann gehen wir mit unserem Pfeil wieder auf die Jagd. Wir haben noch fünf Leben, perfekt. Ich schaue jetzt nur, dass ich hier nicht ganz abkacke. Ach fuck, jetzt ist er blöd, ey. So, den werde ich mal überraschen. So, ein bisschen überraschen und tot ist er. Oh Gott, oh fuck, das habe ich total gefailt. Ähm, ja, toll, der kommt immer mit dem Bogen, richtig geil. Okay, da hat er mich spawnen gekillt, geil. Oh Gott. Hä? Hä? Den, äh, Leute, den hätte ich locker getroffen. Eigentlich. So, aber er ist trotzdem tot, perfekt. Oh, dann springen wir mal da oben hoch. Ähm, ja. Genau. Probieren wir mal ein paar Leute hier noch ein bisschen zu rocken hier. Wow. Oh, Leute. Alter, alter, etwas überraschend, dieser Blöde, ey. Der ist einfach hinter uns gespawnt. Das ist auch nicht gut. Wunderschöne Musik hier. Übrigens, vielen Dank an Juri Gendrichs, dass du diese geile Musik... Ah, Gott. Alter, wie konnte der uns so perfekt treffen? Das ist doch nicht möglich. Oh Gott. Der Little John hätte uns fast getroffen. Der Little John. Little John, oder wie man das ausspricht, keine Ahnung. So, der wird, der wird jetzt aber, der wird jetzt aber richtig Rache spüren hier. Wo ist der Typ, der uns gerade angegriffen hat? Der war, der wird Rache spüren, genau wie Little John. Und der auch, alter, ich Rache ja gerade richtig, ich hab neun Kills schon. Aber ich werd nicht gewinnen. Schade. Okay, wo sind die ganzen Leute? Es sind noch gar nicht mehr so viele. Nur noch drei Leute am Leben, geil. Und ich hab noch drei Leben. Alter, kranke Scheiß. Aber meistens, wenn man drei Leben hat, ist es bei mir immer so, dann verkacke ich sofort. Weil dann irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Spawn-Killer kommen und sowas. Da ist jemand einfach AFK gegangen. Okay. Ist natürlich relativ failig, würd ich mal sagen. So, den haben wir schon zweimal jetzt. Wenn ich das jetzt nicht getroffen hätte, wär blöd gewesen. Wo ist er? Da hinten ist noch jemand. Krieg ich den? Ah, fuck. Okay, die Zeit ist vorbei. YOLO! So. Ja, wir haben wieder mal nicht gewonnen. Wir sind nur auf dem dritten Platz. Aber immerhin, ne? Trotzdem auch was Gutes. Okay. Da würd ich mal sagen, danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wie gesagt, heute nur mal ein bisschen was Kürzeres. Dafür kommt jetzt gleich nochmal das besondere Teil mit Marcel, der ja jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Also, würd ich mal sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann, nein, äh, nicht morgen. Gleich wieder. Also, bis dann. Tschüss.